Nein, nicht hör auf. Das hört sich ja schrecklich an. Ja, jetzt verteidigen wir einfach die Punkte sechs Minuten lang und dann hat sich die Sache... Nichts spektakuläres. Einfach nur ein schnelles rushen, dann geht das. Was soll das denn hier? Verpisst euch! Ach, Schweine ey! Schneller bauen, schneller! Schneller! Ja, wir können Big Mac bauen. Wir machen aber jetzt erstmal unsere ganzen Kackdinger hier. Und bauen noch ein paar Warp-Banner. Hier oben. No romance for me ma 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 baby tell me what's the word of word of... Das und das. Ah! Ihr Ärsche! Warum kann ich die nicht sehen? So ein Scheiß. Das ist eine ganz große Schwäche an denen. Ich halte zum Beispiel... Zumindest keine Ahnung. Ich glaube der Big Mac kann die sehen. Er kennt infiltrierte Einheiten. Ja, den Big Mac bauen wir jetzt direkt mal gerade. Mit nem Spezial-Dings. An diesem Spezial-Dings kann er ähm... sich beamen. Schön, ne? So, das haben wir erledigt. Da bauen wir noch das hier. Na Halle. Für unsere Wagen. Im Moment haben sie sich ja noch nicht blicken gelassen. Das könnte Gutes aber auch Schlechtes heißen. Bauen wir jetzt am besten mal einen... ähm... Boss-Mob. Vier Minuten Warnung. Einheiten unter Beschuss. WTF? Ja kommt doch. Wann sind die behindert? Na jetzt haben sie mich markiert. Ah WTF ey, schieß doch. Netz auf den Meister. Töntlnd. 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 Was sei das! Ja, komm hier machen wir da sowieso kein Schorn. So unser Big Mac. Böck-Mack Was sitz dahin? da 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 Ja, isi da da, isi da da, isi da da Bewegt doch den Arsch nicht da hin sitz dahin Da sieht ihr, der ist übelst cool, der Kerl Hörgren, mösch ich laufen und unser boss mob der geht zu dem post so um 10 stück kann man da rum von holen ja blabla holz der neuer und schieße da abbilder ja kommt zwei minuten ist doch scheißegal wenn ein opa sterbe okay was macht der panzer zappa das ist ein grot weise das ist der anführer der codes ja kommandanteinheit die man sehen kann und bringt halt nur was wenn du den da rein machst und grotte der kann glaube ich auch nur in so ein grot verband aber noch hier zwei da müssen das so gleich gewesen sein der boss mob hat im moment noch extra aber nachher sobald ich in orc fort hätte könnte jeder dieser typen der energie kralle bekommen sieht übelst geil aus und ist auch übelst geil neuer geht es einfach mal in den verband reihe wo sind die denn da die ganz normal mit baller und die coolen mit spezialkiefer was kommt denn da angelaufen in der erdkaste baueinheit die schieße ich doch gleich ab ja kommt 30 sekunden oder was geschafft leute und dann ging auch mein video schon wieder 13 minuten einer Mariysche ised Medalbud by durl spiel die gewonnen danke danke ich bin so gut ich weiß auch total schwer war nicht wirklich interessant und wir haben Sieg wir haben nichts bekommen aber wir haben den Sieg auf jeden Fall okay wir haben Teleport bekommen jetzt können wir uns direkt zu den Taubiemen was ist das denn abgeschnittene Nachschublinie den Nachschublinie zu diesem Territorium wo du noch brauchen sie bekommen nicht diese volle Anforderungsworte bis zur Nachschublinie wieder gehertet und um die Nachschublinien wieder zu herzustellen müssen sie Provinz zurück erobern die diese mit ihrer Rete verringen das ist gut da machen wir als nächstes ähm das lassen wir erstmal obwohl da können wir